Hier ist Literaturlounge.eu, heute mit der Rezension zu Die Kinder, ein Thriller von Wolf Dorn, der Klappentext. Auf einer abgelegenen Bergstraße wird die völlig verstörte Laura Schrader aus den Trümmern eines Wagens geborgen. Im Kofferraum entdecken die Retter eine grausam entstellte Leiche. Als die Polizei dem Psychologen Robert Winter hinzuzieht und dieser mit dem rätselhaften Fall seiner Karriere konfrontiert. Die Geschichte der Laura Schrader, die sie ihm erzählt, klingt unglaublich. Doch irgendwo innerhalb dieses Wahnkonstrukts muss die Wahrheit verborgen sein. Je weiter Robert vordringt, desto mehr muss er erkennen, dass die Gefahr, vor der Laura Schrader warnt, weitaus erschreckender ist, als sie jeder warnt. Meine persönliche Rezension. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich musste erstmal eine Nacht darüber schlafen. Und selbst jetzt bin ich noch etwas geschockt. Gut, es ist ein Thriller und Thriller sollen nun mal unter die Haut gehen. Aber so, also erstmal auf Anfang. Man fährt bei einem Unwetter mit Patrick Klanders die Bergstraße hinauf, weil er seine Tochter und seine Ex-Vaue suchen will. Da er diese nicht mehr erreichen kann. Dass er dort, wo seine Schwiegermutter untergekommen ist, auf seine Schwiegerin trifft, die Hauptperson Laura Schrader geschenkt. Dies kommt nun mal wirklich oft vor. Also zumindest in Romanen. Dass Laura verletzt ist, dass sie gegen die Felswand gekracht ist, gut auch nochmal. Auch wenn es dann schockierend ist, dass er seine eigene Tochter tot mit Kopfschuss im Kofferraum findet. Dass er dann statt mit seiner Schwiegerin auf einen Rettungswagen zu warten, nach seiner Frau suchen will und verschwindet, alles schon mal da gewesen. Nein, so etwas schockt mich nicht mehr und verschafft mir schon lange kein Angstschweiß mehr auf die Stirn. Wenn ich aber erlebe, wie sich Kinder wie ein Schwarm Fische zusammen schließen und gegen Erwachsenen einen Krieg führen, Das schockt mich nicht nur. Es geht tiefer. Es bereitet Grauen. Genannt wird dies dann eine Emergenz. Und ja, man kann dann auch etwas Angst vor einem Kind bekommen, wenn man dies gelesen hat. Die Geschichte ließ mich jetzt noch nicht wirklich los, weil es immer wieder Punkte gab, die mich erschreckt haben. Vor allem, wenn diese Dinge auch noch real sind. Rolf Dorn baut in seine Geschichte reale Vorkommnisse ein. Er schildert Situationen, wo Kinder unterdrückt, missbraucht oder zu Soldaten herangezogen wurden und beschreibt, wie in Amerika Achtjährige ein Gewehr geschenkt bekommen. Es ist nicht abwegig, dass sich dann die Kinder vielleicht eines Tages wehren werden. Man kann es sich ja irgendwie vorstellen, zumal Wulf Dorn ihnen im Roman eine Schwarmintelligenz gibt. Es war wirklich so, dass ich immer mehr in die Geschichte gesaugt wurde und man so irgendwann den Wahn der Laura Schrader verstehen konnte. Und zwar richtig, also nicht mal so eben kurz, sondern er ließ mich wirklich nicht mehr los. Zum absoluten Page-Turner wurde das Buch dann so ab seit 150. Also mehr oder weniger schon zur Halbzeit. Wenn ich nicht wüsste, dass Wulf Dorn selbst in der Psychiatrie gearbeitet hat, ich würde ihm wirklich anraten, mal eine solche aufzusuchen. Denn das Ende schockte mich so sehr, dass ich mir wünschte, der Autor hätte zehn Seiten weniger geschrieben. Aber eines vorweg, der Schluss kommt sehr sacht daher. Und wenn man das Ende, wie es meine Oma macht, als erstes liest, dann denkt man, ach, was für ein schönes, friedliches Ende. Das Ende wirkt nur dann so richtig nach, wenn man das ganze Buch gelesen hat. Und wenn man über das Geschriebene ein wenig nachdenkt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Thriller. Und ich frage mich, wie es mit den Personen, die Wulf Dorn erfunden hat, nun weitergeht. Ich werde ihn bei Gelegenheit mal fragen, was. Das verspreche ich. So, erschienen ist das Buch im Jahre 2017, kann man immer noch käuflich erwerben, für sage und schreibe 16,99 Euro. Und zwar im Heine Verlag. Und ich sage euch eins, diese 16,99 Euro sind für Thriller-Fans gut angelegt. Bis bald, euer Markus von Literaturlounge.eu. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlounge.eu. Euer Markus. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlounge.eu. Bis bald bei der Literaturlounge.eu. Bis bald bei der Literaturlounge.eu.